Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror Game. Ja, wir spielen The Renovator Origins, also die Herkunft von Renovator. Und ich habe den Renovator vor einer Zeit lang mal gespielt und ich fand das Game eigentlich ziemlich cool. Obwohl es relativ einfach war, fand ich einfach diese Verknüpfung zwischen Horror und Kunst sehr genial. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was The Origins zu bieten hat. Von der Grafik her sieht es auf jeden Fall gut aus. Und ich würde sagen, wir starten ohne Aufenthalte mit dieser kleinen Kögelpuppe in das Game. So, da sind wir, wachen wir mal wieder auf den Boden auf. Das würde mich super freuen. Ich lebe es zufrieden. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Diese Puppe. Ja, wir wachen wirklich auf den Boden auf. Was zum... Wir haben Beine. Wo bin ich? Grausartig. Ich denke, ich erinnere mich an diesen Ort. Es sieht aus wie das Apartment, wo mein Vater und ich aufgewachsen sind. Aber wie kommen wir hierher? Und was zum Henker ist diese Puppe? Das ist ein Tumbler-Toy. Das ist die gleiche Puppe wie in meiner Kindheit. Jetzt sieht sie nur neu aus und weniger unheimlich. Weniger unheimlich sieht diese Puppe aus. Also ich weiß nicht, wenn ich so eine Puppe hätte, bin mir nicht sicher, wie wenig unheimlich ich die fände. Grafisch sieht das richtig cool aus bisher. Okay, wir haben sogar einen Schatten. Es bewegt sich nicht. Die Tür bewegt sich nicht. Ja, dankeschön. Ich glaube, jetzt hast du mir alles erklärt. Jetzt hast du mir wirklich alles erklärt. Ich mache diese Türen auf, indem ich sie mit einem Force-Push einfach stoße. Grausartig. Kann ich die Kerzen noch anmachen? Ich sehe schon, ich brauche irgendwas, um die anzumachen. Mein Gott, diese Puppe, die ist absolut super. Ich liebe es, wenn Frauen einfach nur so rund sind. Mein Gott, runde Frauen. Das ist ein absoluter Luxus. Die Tür kriege ich nicht auf. Ich sehe, wir haben viele schöne Bilder hier. Zum Beispiel das viel zur bleiche Kind mit dem Tüchtigungsstock. Großartig. Großartig. Mein absolutes Lieblingsbild. Jetzt ist es dunkel. Jetzt ist es hell. Okay, ich sehe, ich kann überall die Türen aufmachen. Nicht da, wo ich will. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel, weil es ein großes Schloss hat. Es macht überhaupt nichts. Ja, großartig. Jetzt haben wir gelernt, dass ich überall das Licht ausschalten kann, wenn ich möchte. Ja, so mache ich auch immer meine Türen auf. Ich mache sie ein bisschen, bisschen auf und dann renne ich mit meinem Kopf dagegen, bis sie ganz aufgehen. Sehr gut. Sehr gut. So läuft es. Hallo? Ach, verflucht noch mal. Ich muss die Glühbirnen tauschen. Ja, okay. Das hilft mir halt überhaupt nicht weiter. Macht überhaupt nichts. Bisher haben wir überhaupt kein Problem bis darauf, dass wir Glühbirnen tauschen müssen. Licht an. Aus. Großartig. Ja, dann mach hier bitte das Licht an. Zeit für das Schlafzimmer mit dem kleinen Vogel. Eine sehr enthusiastische Musik. Lass sie uns mal ausmachen. Dankeschön. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Sind es Streichhölzer? Sind es Streichhölzer oder Kondome? Ich würde beides brauchen für dieses Spiel. Nein. Nein, ich glaube wirklich nicht, dass wir Kondome brauchen. Ah, das ist ein Teil vom Tagebuch meines Vaters. Er hat es seit der Kindheit aufgehoben. Okay. März 1957 ist schon ein bisschen alt. Mein Vater sagt, dass ich eine sehr starke Vorstellungskraft habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das Ganze nur träume. Es hat alles angefangen, seitdem wir aus Rumänien zurück sind. Manchmal aber gehe ich an einem Spiegel vorbei und mein Spiegelbild verhält sich seltsam. Oh, das ist echt mein Albtraum. Manchmal sieht es so aus, als wäre es langsamer als ich und würde mich anstarren. Okay. Das ist super beruhigend. Aber wenn ich das Licht anmache, ist es einfach verschwunden. Ja, großartig. Großartig. Das ist super. Super. Ich liebe Spiegel. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht. Aber ich muss sagen, Spiegel machen mir auch das nachts manchmal wirklich ganz schön Angst. Okay, das hat einen seltsamen Mechanismus. Ich frage mich, wie er funktioniert. Naja, es ist, äh, keine Ahnung, es ist, äh, okay, das ist wirklich was der seltsam ist. Und da ist ein Schlüssel drin. Da ist gar kein Vogel drin. Verflucht doch mal. Ihr habt mich um meinen Vogel betrogen. Das ist ein technisches Magazin über, okay, das ist die Antarktis, die glaube ich gezeigt wird. Oder die Arktis. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin nicht so gut mit Antarktis und Arktis. Als ein Kind war mein Vater nicht sehr beeindruckt von Kunst, aber von Wissenschaft. Ja, weil Wissenschaft, Wissenschaft. So. Okay, hier ist noch immer dunkel. Es hilft uns leider nicht weiter. Vielleicht brauchen wir sowas wie Streichhölzer. Mein Gott. Und da ist der Sepp und seine Maria. Großartig. Ich liebe es. Den Sepp und seine Maria. Matches. Die nehme ich sofort. Die nehme ich absolut sofort. Äh, okay, das sind russische Bücher. Kann ich leider nicht lesen. Ist mein Russisch ein bisschen eingerostet. Ein bisschen eingerostet, seitdem ich nicht mehr Gorniak bin. Oh, schön. Aber russische Zeitung haben wir auch. Gut, passt das. Mein Vater hat Schach geliebt, aber ich habe ihn immer als Kind geschlagen. Er sah total ruhig aus, aber ich konnte sehen, dass er ganz schön wütend war. Ach, du liebe Güte. Da hast du deinen Vater auch noch wütend gemacht, indem du ihn im Schach besiegt hast. Oh, hier kommt das Blut her. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe zufälligerweise keine Nasenbluten. Ich habe aber Beine, das ist gut. Ich habe Beine, das heißt, es könnte mir das Blut runterlaufen. Nein. Nein, überhaupt nicht. So, hier, Zeit für eine Kerze. Brot. Ich liebe Brot. Und eine Banane. Brot. Nein, 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 nein. Ich singe jetzt nicht das Bananenlied. Ich singe jetzt wirklich nicht das Bananenlied. Ich singe nicht das Bananenlied. Okay, ich hätte hier schon immer Licht machen können. Das ist absolut großartig. Sieht so aus, als wäre heute... Der 12. März. Okay. Schön. Okay, spielt das Ganze in den 50ern? Das ist ja krass. Mein Gott, wir haben irgendetwas Dreieckiges. Es ist der dreieckige Kubus, den ich nicht lesen kann. Was? Das ist Milch. 0,5 Liter Milch. Ein dreieckigen. Okay. Ich liebe die Verpackung. Ich liebe die Verpackung. Absolut. Was können wir noch? Mein Gott, mit echter Kuh drin. Großartig. Ich lebe echte Kuhsuppe. Kuhsuppe ist meine absolute Leblingssuppe vielleicht. Ja, schön. Schön. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Licht hier. Es wird auch immer mehr Licht. Ach, was suchen wir hier? Warum sind wir hier im Apartment unseres Vaters? Mein Vater hat kleine Sachen oftmals in irgendwelchen Boxen aufgehoben. Das sieht absolut nach ihm aus. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Weil ich keinen Schlüssel dafür habe. Was muss ich denn genau machen? Muss ich alles Brot essen? Nein, hör auf. Muss ich die Banane lasttief in den Mund nehmen? Nein, hör auf. Hör auf. Dommer Lost mache ich echt. Wirklich. Okay. War absolut cool in der Küche. Wir haben halt nichts gefunden, was uns irgendwie weiterhilft. Aber war total nett. Okay, da will wohl wer rein. Hallo, hallo. Äh, tut mir leid. Ich kann nicht aufmachen. Ich bin gerade mit dreieckiger Milch beschäftigt. Mit Pyramidenmilch. Äh, das war kein Telefon, oder? Ne, das war kein Telefon. Das war... Die Tür klingelt. Die Tür klingelt. Diese Tür war vorher nicht offen. Ja, jetzt ist sie auch nicht mehr offen. Dankeschön, nachdem du sie aufgemacht hast. Ja, mach die Türen immer nur ein Stück auf, damit ich den Rest aufpushen muss. Das ist die gute Chimpie. Chimpie, meine Zahnpasta. Großartig. Ich liebe die Chimpie. Äh, das ist eine Rasierklinge? Okay, das ist brutaler, als wie mit einer Axt steht hier. Ich kenne diese... Ich kenne diese Konstruktion nicht. Muss ich wirklich gestehen, ist das sowas wie ein elektrischer Rasierer? Das sieht aber nicht so elektrisch aus. Okay, das ist ziemlich cool eigentlich gemacht. Mein Gott. Ich sehe schon. Man rasiert sich hier vollkommen lebensgefährlich. Das ist aufgegangen. Okay, hier ist Kerosin drin. Nämlich, ich brauche Kerosin, um zufälligerweise meinen Pipi mal mit Kerosin zu beträufeln und dann anzuzünden, damit ich super heiß bin. Nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Cool, wir haben ein Gesicht und ein sehr schönes Seitenscheitel. Grausartig. Okay, irgendwas hat das Licht hier ausgemacht. Äh, es sieht so aus, als hätte jemand das Licht am Eingang ausgemacht. Ja, das hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter. Äh, super, ich habe Kerosin, aber was mache ich jetzt damit? Hier ist es halt absolut Nachtfinster. Komm, lass das bitte ein Lichtschalter sein. Was zum Teufel ist da jemand? Mein Gott, das ist die wippende Runde-Puppe. Ich sage es euch, ich liebe Runde-Puppen. Ich hasse Runde-Puppen. Okay. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Aber nur ein bisschen. Nein, kein Licht, kein Licht. Ah, schön, wir haben die Kerzen noch angezündet. Äh, das ist großartig hier. Okay. Ich finde die Stimmung bisher richtig cool. Ach, Entschuldigung, das ist die Milch. One Eternity Later. So, ich musste tatsächlich das Game kurz nochmal neu starten. Warum? Ja, weil die Lampe anscheinend vollkommen optional ist. Okay. Ich werde dir helfen, mein Sohn. Finde den Familienring. Finde den Familienring. Okay, das ist eine Nachricht von meinem Vater. Er will herausfinden, was meine Familie verflucht hat. Ja, was hat denn die Familie verflucht? Also, so eine kleine Info an die Entwickler. Lampen optional. Das ist immer ein bisschen problematisch, wenn das Game plötzlich absolut dunkel wird. Okay, was haben wir hier? Mein Gott, Matches. Den nehme ich sofort. Den nehme ich sofort. Ich brauche jetzt Kerosin, bevor das Licht ausgeht. Sonst stehe ich wahrscheinlich wieder im Dunkeln. und habe nichts zu sehen. Hallo, hallo. Ein Brief. Hurra. Meine Familie ist aus Rumänien zurückgekehrt. Es hat sich etwas komisch angefühlt, während sie nicht da war. Ich hatte allein Angst in meinem Apartment während des Tages. Und ich wollte nicht, dass sie für so eine lange Zeit verreisen. Meine Eltern haben mir viele Geschenke und Souvenirs mitgebracht. Und viel wichtiger, sie haben Antiquitäten von einer Auktion mitgebracht. Aber mein Vater hat mir verboten, sie zu berühren. Er hat alles im Vorratsraum eingesperrt. Ich hatte keine Zeit, sie anzuschauen. Das tut mir so furchtbar leid. Das tut mir furchtbar leid, dass du dazu keine Zeit hattest. Aber ich suche gerade Kerosin, damit es nicht dunkel wird. Eine Lightbulb. Tatsächlich finde ich die jetzt hier. Okay, das ist ein bisschen weird, dass das Game so vollkommen asynchron abläuft. Also, dass du das Licht irgendwie optional finden kannst. Ansonsten rennst du halt irgendwie durch die Dunkelheit. Da hast du super Pech gehabt. Mein Gott, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Kerosin für die Lampe. Es ist genau das, was ich will. Kerosin für meine kleine Lampe. Wir haben wieder den komischen Käfig. Okay, großartig. Ich kann die Lampe aus dem Inventar benutzen. Das ist mir schon mal ein Vorteil. Dann ist es übrigens nicht ganz dunkel. So, auf! Ich bin wieder da, hier bei meiner Bananenliebschaft. Und es ist absolut dunkel. So, wie zum Henker schaffe ich es jetzt, dass ich genug Licht habe, um die Glöbene zu tauschen. Hier, Glöbene tauschen. Ich möchte vielleicht die Glöbene tauschen. Es werde Licht und es wurde Licht. So, was gibt es hier noch Schönes? Okay, mehr Matches brauchen wir bestimmt noch, wenn es dunkel wird. Kerosin nehme ich auch sofort her mit dem Zeug. Ein Nudelholz und Zucchini. Ich liebe zufligerweise langgemüse... Was ist von hier oben runtergefallen? Hallo? Was bist du überhaupt? Kleiner blauer Verschluss? Okay, wir müssen uns hier anscheinend weiter umschauen. Ich muss herausfinden, was hinter dieser Tür ist. Aber wie? Auch irgendwoher einen Schlüssel? Keine Ahnung, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Okay. Was ist das? Ein Dorsenöffner! Könnte ich den nehmen? Nicht? Okay. Dann möchte ich wahrscheinlich kein köstliches Kuhfleisch essen. Mein Gott, aber die Kuh wird mir so munden. Die wird mir super munden. Okay, jetzt hat wieder der dünne Mann das Licht ausgemacht. Aber diesmal habe ich eine Kerosinlampe. Diesmal bin ich ausgerüstet gegen die Dunkelheit. Gegen die dunklen Mächte. Was hat er gesagt? Im Eingang. Okay, hier haben wir nochmal die Horrorpuppe. Jetzt sehe ich erst, dass es irgendwelche Hände sind, die diese Puppe weggenommen haben. Okay, krass. Okay, kann ich das Licht auch irgendwie wieder anschalten? Nicht? Okay, ich sehe schon. Aber was ist die Frage? Ich muss einen Schlüssel finden, der das hier aufmacht. Und ich würde fast darauf wetten, dass dieser Schlüssel in dieser Box hier ist. Und gehen wir mal zurück. Und schauen wir uns mal ganz offensichtlich hier um. Mein Gott, ein kleiner Holzzug. Großartig. Das sind die Holzspielzeuge von meinem Vater. Und von mir vielleicht. Super. Es ändert nichts daran, dass wir noch immer keinen Strom haben. Und ich immer noch nicht genau weiß, wo ich hier einen Schlüssel finden könnte. Was ist mit der untersten Schublade? Eine Schere! Okay, das ist eine Qual für die Finger, diese Schere zu halten. Wieso? Die Schere so gemein zu dir. Das tut mir furchtbar leid, dass die Schere dich mobbt. Wir können auch gelegentlich ein Licht machen, aber wir haben nicht ewig Streichhölzer. Das konnte ich reinschieben, das Buch. Was hat das gemacht? Das müsste ja wahrscheinlich irgendwas ausgelöst haben, oder? Kannst du reinschieben und wieder rausziehen. Okay. Ja, es ist dunkel. Hallo? Was ist mit meiner Lampe? So, warte jetzt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man richtig viel suchen muss. Wo man richtig die Augen aufhalten muss. Ob irgendwas passiert. Aber im Moment finde ich noch nicht wirklich was. Die Lampe ist gar nicht mal schlecht. Die hilft gar nicht mal so übel gegen die Dunkelheit. Warum ist eigentlich der Spiegel verhangen? Ist es nicht so, dass wenn jemand stirbt, dass man manchmal irgendwie den Spiegel oder so verhängt? Okay, hier sehe ich einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen könnte. Hm. Ein bisschen seltsam. Das Bild hängt schief. Okay, was steht hier? Kolja hat sich verändert seit unserem letzten Trip. Er hat angefangen, mir aus dem Weg zu gehen und sagt, er wäre immer erschöpft. Wir reden nicht mehr viel, aber er redet manchmal mit sich selbst, wenn er vor dem Spiegel im Badezimmer steht. Koljas seltsames Verhalten hat ebenso unseren Sohn erfasst. So, schau. Er ist eingeschüchtert von dem, was passiert ist und den schrecklichen Geschichten. Selbst einige Nachbarn haben es gemerkt. Morgen werden wir zum Doktor gehen. Ich hoffe, es ist nur temporär. Das hoffe ich aber auch, dass es nur temporär ist. Was hat er gesagt? Er redet mit sich selbst, während er vor dem Spiegel steht im Badezimmer. Okay, schauen wir uns mal den Spiegel im Badezimmer an. Der könnte ja irgendwie interessant sein, oder? Ist hier noch was im Schrank? Nicht. Spiegel im Badezimmer. Kolja verhält sich komisch. Kolja, was meinst du, Chuck? Nein, nein, Kolja war schon immer komisch. Na, Kurt, Chuck, überhaupt kein Problem. Dann aber, du Frau mit dem Züchtigungsstock, werde ich sofort ins Badezimmer gehen und werde mir mal diesen Spiegel hier anschauen. Kann ich irgendwie heißes Wasser reinlassen, dass der Spiegel beschlägt? Nee, wahrscheinlich nicht. Na, es gibt doch kein heißes Wasser. Hier, in Rumänien oder in Russland, gibt es kein heißes Wasser. Okay, ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, wo wir weiter müssen. Mein Gott, meine Lieblingssocken. Links und rechts. Und mein fein Ripshirt. In der Mitte. Da ist was. Da ist definitiv was. Was ist das? Kann ich mich hin? Ein Schlüssel. In Lehm. Vielleicht kann ich ihn mit Wasser auflösen. Ja, her damit. Komm. Überhaupt kein Problem. Benutzen wir das mal. Aha, wie cool. Es gibt tatsächlich eine Use-Mechanik in dem Game. Und jetzt habe ich den Schlüssel. Nein, hör auf. Hör auf. Bleibes Wasser. So. Ich glaube, der Schlüssel ist entweder für dieses Schloss. Schauen wir mal. Äh, nee. Oder aber für das Schloss hier. Hier. Aha. Der Schlüssel hat gepasst. Äh, wie mache ich die auf? Was ist das Problem mit diesem Spiel? Was ist das? Ja, der Schlüssel hat zwar reingepasst, aber ich weiß nicht, wie ich es aufmache. Aha. So, es ist offen. Was ist das? Ich habe irgendwas draus genommen. Was ist es? Ein Porzellangefäß. Meine Großmutter hatte eine Porzellansammlung. Ein Porzellangefäß? Das ist ein bisschen seltsam. Und ein kleines Armband und ein Foto. Ich bin mir sicher, was wir damit machen müssen. Gibt es hier irgendeine Sammlung für Porzellan? Habe ich da irgendwas übersehen neben der viereckigen Pyramidenmilch? Also ich liebe ja Pyramidenmilch. Oh Gott, da sitzt wer. Oh Gott, da sitzt irgendwer drin. Hallo, hast du jetzt hier das Licht wieder im ganzen Ding angemacht? Aha, es sieht so aus, als würde die Elektrik wieder funktionieren. Weißt du was? Dann tu doch bitte sofort die Lampe ausmachen, wenn die Elektrik wieder geht. Dann kann ich hier das Licht auch wieder von selbst einschalten. So, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wir haben wieder Lichtgute Nachrichten. Naja, zumindest teilweise haben wir wieder Licht. Hier saß gerade jemand. Und es ist sogar der Stuhl umgefallen. Es ist sogar der Stuhl umgefallen, der beweist, dass hier jemand gesessen hat. Okay, die Porzellansammlung von unserer Mutter. Super, der Radio ist auch wieder an. Aus! Der Messtradio. So, machen wir erstmal überall wieder das Licht an. So ist besser. So, eine Porzellansammlung. Aber ein Gefäß für Porzellan. Was könnte ich damit anfangen? Ring inside Sun. Der Ring ist drinnen. Wo? Drinnen von... Ach Gott. Kann ich das kaputt machen? Stopp. Tatsache! Ich kann das fallen lassen. Und hier ist der alte Familienring. Wie cool, okay? In schwierigen Momenten wird dir der Ring helfen, den Weg zu finden. Es beginnt zu leuchten. Wenn du nahe der Lösung bist. Der Ring beginnt zu leuchten. Oh, leuchtet der Ring. Oh, ein Ring, sie zu knechten. Sie ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Okay, hier anscheinend, hä? Mein Gott, das ist das Bild vom kleinen Boot. Wir haben so einen schicken Seitenscheitel. Mein Gott. Mit der richtigen Haarwichse sind wir der schickerste Mann von ganz Rumänien. Oder Russland. Was zur Hölle? Was passiert mit mir? Du, ich verbrenne gerade. Okay, rauchen kann tödlich sein. Aber so tödlich dachte ich nicht. Ach, wie cool ist es diesmal so, dass wir in die Portraits kommen. Alles hier ist gezeichnet. Das ist ja cool gemacht. Mein Gott, hier haben wir unser kleines Boot. Ich hoffe, ich kann durch das Boot wieder zurück ins Apartment. Anscheinend kann ich zurück durch die Bilder. Das ist ja eine coole Mechanik. Boah, ich lieb's. Zurück zum kleinen roten Boot. Ich habe mir nämlich das kleine rote Boot noch gar nicht angeschaut. Hey, es muss ja hier irgendwas geben wahrscheinlich. Das ist Renoir, das kleine Boot. Renoir ist zufälligerweise mein absolutes Lieblingsboot. Hier liegt was. Das ist ein Tagebuch von meinem Vater. Mein absolutes Lieblingshobby ist, Bilder anzuschauen und mich selbst in diese Welt zu träumen. Eine Welt, wo jeder sein kann. Ein Reisender, ein Herrscher, ein tapferer Pirat. Ich liebe es, Storys zu schreiben, wie ich neue Länder gefunden habe und auf Schatzsuche gehe in ein großes Schiff. Wenn ich mal erwachsen bin, werde ich auf jeden Fall in einem Museum arbeiten, wie mein Vater. Okay, es erzählt dir anscheinend wirklich die Story vom Renovator. Er hat es dann ja irgendwann geschafft, immer im Museum zu arbeiten, aber im verfluchten Museum. Okay, das ist echt cool gemacht. Das ist echt cool gemacht, dass man hier irgendwie in die Bilder reingehen kann. Kann ich ewig laufen? Aha, anscheinend nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal in der Wüste spazieren. Klar, das ist das, was ich mir als Kind immer erträumt habe. Endlich einen kleinen Wüstenspaziergang. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier was Intelligentes tue oder was vollkommen Verblödetes. Mei, die Pflanzen hier, denen geht es so richtig gut. Die gibt es bestimmt super viel zu trinken. Das ist ja Kirschsaftscholle oder so. Wie weit kann ich in das Bild reinlaufen? Wisst ihr, was das, was ich hier mache, ist, glaube ich, Wahnsinn. Ich renne immer weiter in die Wüste rein und folge der Sonne. Das ist total bescheuert. Ich glaube, ich gehe stattdessen einfach wieder zurück. Okay, ich bin ewig wieder zurück und durch die Wüste zurückgelaufen. Wir gehen jetzt wieder in unser Apartment. Wir suchen lieber nach anderen Bildern, in die wir rein können, anstatt die Wüste. Okay. Nämlich, wir wollen Züchtigung von der jungen Dame. Nein! Nein! Verflucht nochmal! Warum können wir nie gezüchtigt werden, wenn wir das wollen? Muss ich meinen Ring rausholen? Okay, jetzt habe ich meinen Ring draußen. Das hat überhaupt nichts mit irgendwas anderem zu tun. Ich habe jetzt meinen großen Ring ausgepackt. Dann werde ich hier mal schauen, ob ich noch in andere Gemälde hinein kann. Mein Gott, ich möchte in dieses Frühstücksbild. Nicht? Okay, schade. Boah, aber hier würde ich gerne... Boah, ich will Pirat werden. Lass mich sofort in dieses Bild hier hinein. Nicht? Das ist traurig. Das ist ja traurig. Ja, da ich draußen nichts finde, bin ich wieder zurück in der Wüste. Hier ist irgendwas in... Vor dem Baum. Mein Gott, ein Rum! Mein Gott, ihr... Ho, ho, ho! Piraten haben es gut. Ähm, ähm! Nein, wir schauen jetzt erstmal, bevor wir uns mit unendlich vielen Rumfessern betrinken, zu dieser Schaukel. Achso, das ist ein Rettungsring. Okay, ist das ein Rettungsring? An einem sehr unheimlichen Baum. Ein super unheimlicher Baum. Mein Gott, da hast du mir aber schön entgegengewunken. Eine Schatzkiste. Und was finden wir hier? Mehr Rum, natürlich. Ein Holzspielzeug. Mein Vater hat es mir geschenkt, als ich noch klein war. Es ist nett, es jetzt zu finden. Oh ja, alles, was ich brauche, ist ein Sandsturm. Ja, danke schön. Ein Sandsturm ist genau das Richtige. Komm, weißt du was? Wir rennen auf dieses Licht zu. Ich glaube, das ist der Rückweg. Ähm, den Vogel brauchen wir bestimmt für den Vogelkäfig. Vogel und Christus. Passt immer gut zusammen. So. Da gibt es irgendwelche Hinweise. Okay, okay. Hier komme ich bestimmt irgendwie zurück. Das ist echt cool gemacht, dass man in irgendwelche Bilder reintauchen kann. Ich bin mal super gespannt auf das komplette Game. So. Jetzt werden wir unseren kleinen Vögel einsetzen. Ich freue mich auf den Vögel. Okay, wir sind wieder zurück. Was ist das? Wer bist du? Hallo? Was willst du von mir? Hallo, wer bist du? What the shit? Das war der lange Mann. Vielen Dank, dass sie die Demo gespielt haben. Nein! Nein, ich wollte doch noch den Vogel einsetzen. Ich war so vogelbereit. Ich war so bereit zum Vögel. Ja, liebe Kultisten, da sind wir wieder im Anfangsbildschirm. Ja, schade, die Demo war ein bisschen kürzer, als ich es erwartet habe. Aber ich fand sie richtig cool. Ich fand die Idee richtig cool, dass du in irgendwelche Bilder eintauchen kannst, die später war. Kleiner Tipp an den Entwickler. Es wäre ganz gut, wenn die Lampe nicht optional wäre. Ich habe ewig im Dunkeln gesucht. Aber ansonsten fand ich das Game vollkommen interessant im Moment. Und ich liebe ja zufälligerweise runde Frauenpuppen. Deswegen ist die Demo und das Game auch auf jeden Fall was für mich. Ich werde es mir auf jeden Fall, glaube ich, anschauen, wenn es raus ist. Schreibt mir mal gerne, wie ihr das Game fandet und ob es euch getaugt hat. Wenn ja, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Oder hätte die Dumpel für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.